hallo hier ist martin von mann im bank ist dass die dachsanalyse für nun freitag den acht neunten den 9.2 2024 schon und unser dax wehrt sich hier weiterhin gegen den druck von oben kommt zeigt natürlich auch weiterhin nicht viel motivation schlägt eher zur seite unsere schildkröte steht hier symbolisch schon für die bewegung der ganzen letzten wochen ist wieder ein bisschen ruhiger geworden als zum vortag so dolle viel ruhiger ist es gar nicht aber trotzdem sind wir noch in einer eher geringeren schwankungsbreite wir haben jetzt hier von 98 bis 17 30 durchgeladen das sind knapp 140 punkte ich meine ist so auch nicht gar nichts aber wir kennen brauchen ein bisschen nach links gucken ein zwei wochen zurück da war schon fast das dreifache an der tagesordnung kann also trotzdem noch sehr zurückhaltend passt die schildkröte auf jeden fall noch wenn wir zurück sind oder uns zurück in sind an das was wir gestern eigentlich sehen wollten muss ich sagen bin ich ein bisschen enttäuscht wir haben darüber gesprochen hier 900 860 schön rein grüne stundenkerze raus und dann um lang ich glaube wer darauf gewartet hat der wird sich wahrscheinlich am ende sogar noch gesagt haben na gut dann kann ich es jetzt auch sein lassen die grüne stundenkerze die kam er so weit oben zum schluss dass das gar nicht mehr so viel spaß gemacht hat oben raus und hat auch schon recht früh gezündet also direkt von der 800 900 war das bisschen schade also ich hätte mich eher gefreut wenn ihr unten müssen wir noch rumstehen gerade ein paar stops rausnimmt ich glaube dann hätte auch mehr trend dynamik mehr kraft nach oben entfalten können dadurch dass er nun zurzeit schon gedreht ist hat sie ihm natürlich jetzt oben raus ja gut fahrt aus den segeln genommen und ja nun ist das bei rausgekommen was bei rausgekommen ist wir sind wieder an die 17.000 angelaufen haben noch kein höheres hoch gesetzt das wäre dann jetzt wahrscheinlich zum freitag die tagesaufgabe hier einmal drüber ja was erwarte ich so zum freitag ich denke mal es werden sehr viele erwarten dass vom neuen hoch der wieder ordentlich zurückzockt vielleicht macht das ja mal gar nicht ich glaube aber auch nicht dass er unbedingt oben durch rennt wie ein bekloppter ich könnte mir vorstellen wenn wir tatsächlich zum freitag jetzt weiter ansteigen und wieder über 17 35 erheben also über das tages hoch vom donnerstag dass er durchaus mit 17 1 20 bis tagesende erreichen kann aber ich glaube er wird dann so sehr langsam steigen ja so ganz ganz langsam so stunde für stunde irgendwie so 10 20 punkte ganz 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 langsam aber immer weiter hoch kaum irgendwelche rückläufe trainer und dann kann am montag mal ein bisschen außer aus der haut aus der reserve rauskommen bisschen losstehen und vielleicht sogar das kreuz reinschlagen das würde fast passen müsste aber dann wirklich montag früh per geb kommen wäre dann schon um 2 30 rum aber ja also wenn wir den dax aufwärts sehen von der sieben von der 16 79 nach oben streben auch über der 17 35 ich würde ihm den platz geben 17 21 17 200 das ist durchaus erreichbar aber ich glaube nicht dass er das er los rennt also das sollte man wahrscheinlich viel geduld mitbringen wenn man so ein trade dann eingehen will oder in die richtung was handeln will und man muss trotzdem auch am neuen hoch davon ausgehen dass es vielleicht auch eben doch so läuft für die ganzen letzten tage und sich das eben fortsetzt ich habe es ja gestern auch selber so gesagt im zweifel erst einmal davon ausgehen dass ich das was wir sehen weiterhin fortsetzt denn der trend den wir sehen der ist momentan seitwärts aufwärts und solange wir jetzt kein verändertes bewegungsverhalten sehen setzt das jetzt erstmal fort und das würde bedeuten dass er hier vom nächsten hoch abverkauft aber so mein gefühl auch wie leute sich so am freitag oft verhalten ich kann mich schon alleine an mich selber daran erinnern wie oft saß ich freitag 20 uhr 21 uhr noch vom handy und habe an fingernägeln rumgekaut weil man irgendwo über den tag gibt eine short position reingenommen hat und gedacht hat naja nimmst du 10 20 30 punkte nach unten mit und dann kamst du nie dazu du kamst du nicht dazu die position wieder rauszunehmen und der kleckert einfach so stück für stück weiter nach oben und dann saß man 21 45 1 20 30 da und hat noch darüber nachgedacht wenn er mal fünf punkte kurz zurück kam ja mache ich jetzt glatt oder doch nicht oder wenn sowas könnte ich mir gut vorstellen so so einfach diesen 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 träger punkt kurz vorm wochenende bei den leuten einfach auszuspielen also ich glaube das wäre ein schöner schmerzpunkt und der markt spielt ja gerne von einem schmerzpunkt in den nächsten rein und das würde hier gut passen ich könnte es gut vorstellen heißt aber nicht dass es so kommen muss naja wir wir machen eine analyse letztendlich oder ich sag mal wir nehmen aus einer historie aus einer erwartungshaltung oder aus einem erfahrungswert vielmehr das was der dax sehr oft macht und produzieren das einfach in die zukunft und sagen okay normalerweise hat der dax in solchen situationen das oft so und so gemacht bereiten uns darauf vor und wenn wir aber sehen der markt bewegt sich eben genauso wie er sonst in der vergangenheit auch in solchen momenten gemacht hat dann geben wir mit und nutzen das für uns und ziehen da unsere punkte raus und wie gesagt ich würde deswegen wenn er jetzt hier nach oben drückt und auch über 47 geht schon im hinterkopf haben dass er von dem neuen hoch zurückkommen kann also müsste man dann theoretischen teilverkauf ziehen aber ich würde mir trotzdem was liegen lassen für den fall er spielt halt so eine klassische freitagskarte aus und schiebt sich dann noch 17 1 20 17 200 hoch das soweit die positive erwartungshaltung und das da raus erst mal etwas fahrt rausnehmen wenn er jetzt hier runter drückt sieht es eher fast so danach aus wie es machte hier so eine runter eine hoch und dann hier noch mal so was runter und dann reden wir wirklich noch mal davon dass er noch mal 16 900 bis 16 860 noch mal austestet vielleicht sogar auf die linie rauskommt und dann eben wirklich hier noch die 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 leute da ein bisschen foppt das wäre auch ein schmerzpunkt den spielen können weil er dann die star plus holt ja empfände ich jetzt für den freitag eher untypisch auch für das saisonale starke zeitfenster was wir momentan haben da haben wir ja insbesondere in den letzten monaten oft drüber gesprochen da haben es viele immer kritisiert als wir in den schwachen quartalen immer wieder über die freitage gesprochen haben und die leute dann gesagt haben ja martin sonst erzählst du immer freitage die die schließen immer positiv warum erzählst es jetzt nicht die letzten die waren alle schlecht das war halt das schwache quartal jetzt immer wieder die starken quartal die starken quartal die dafür sorgen dass die statistik so ist wie sie ist und von daher würde ich trotzdem eher das nach oben ausfavorisieren letztendlich entscheidet der markt die gibt es uns vor und wir können das super einfach identifizieren ja sehen wir unseren dax oberhalb der 17.000 rumton oder 17 32 wissen wir was wir zu erwarten haben sehen wir überhaupt nicht oberhalb von 17.000 und eher unter der 16 69 dann eben scheiß auf statistik scheiß auf den anderen rest dann lassen wir denen dann bis unten noch die zweite welle wegtragen und dann gucken wir uns noch mal an wie er sich hier bei 860 bis 855 wäre das dann verhält das wäre dann genau die linie hier einmal noch mal von oben im kontakt ja das ist soweit von daher würde ich sagen belassen wir es auch dabei wünsche euch viel erfolg gutes gelingen und dann hören wir uns am sonntag wieder für die analyse zum montag bis dahin tschüss ja 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 ja